Moin Moin, ich bin Kai vom STEINE Kanal und heute mal wieder eine kurze Eilmeldung. Denn ist es so, dass die Limited Edition vom Higgins Boat, die ja erst im Februar erscheinen sollte und nun auf den Januar vorgezogen wurde, nun bereits morgen vorbestellbar sein soll. Wir sind hier gerade auf unserem Blog auf steine-kanal.de, dort könnt ihr auch nochmal alle Details zum Set nachlesen. Wie wir hier sehen können im offiziellen Kobi Online Shop, in der Kategorie der limitierten Edition, sehen wir hier, dass das Set noch nicht hinzugefügt wurde, es wird also morgen hoffentlich im Laufe des Tages erscheinen und dann hoffentlich auch vorbestellbar sein. Zumindest hat Kobi dies auf seinem offiziellen Instagram Account hier angekündigt, wie wir hier oben rechts sehen können, am 5. Januar soll es losgehen. Zum Set selbst, wie wir hier sehen können, haben wir einmal ein Bild mit allen Extras der Limited Edition dabei. Wir haben hier zum Beispiel einen kleinen Willis Jeep, der ist das erste Mal im Maßstab 1 zu 35 mit dabei. Die bisherigen Ausgaben des Willis Jeep, die es von Kobi gab, die waren dann natürlich etwas größer gebaut. Hier sehen wir auch noch einmal die Größe, 36 cm in der Länge und 11 cm in der Höhe. Hier wahrscheinlich dann mit dem Sockel, mit dem Standfuß mitgerechnet. Wir haben hier einen Öffnungsmechanismus vorne. Über die kleinen Schnüre und Räder hier können wir dann wohl die Bugklappe hier dann hochziehen. Und hier rechts sehen wir noch mal eine kleine Klappe, wo wir dann hier Zugang zum Motor haben. Der Willis Jeep, wie man hier sehen kann, ist mittlerweile auch das Maskottchen von Kobi geworden. Das haben sie irgendwie im letzten Jahr, glaube ich, eingeschafft, dieses Modell. Und das wird dann auch gerne immer auf Messen mitgenommen und dort präsentiert. Hier sehen wir auch noch mal, dass der Willis Jeep dann hier natürlich auch mitgenommen werden kann, dass er hier dann auch genau ins Higgins Boot mit reinpasst. Alles ist natürlich ohne Aufkleber, alle Teile sind bedruckt, die bedruckt gehören. Das Set ist also Pad Printed. Und hier sehen wir noch mal die Minifiguren. Dies beides hier ist jeweils eine Ansicht von, ja, Seite und vorne, von vorne. Damit wir hier noch mal die Print sehen können, diese beiden Figuren hier auf der linken Seite. Das sind die exklusiven, die nur in der Limited Edition dabei sind. Und diese beiden hier auf der rechten Seite. Die sind dann auch in der Standard Edition mit enthalten. Und hier haben wir dann noch mal eine kleine Übersicht. Wir wissen allerdings nur noch nicht, wie hoch der Preis dann der Limited Edition sein wird. Ich schätze mal 10 bis maximal 20 Euro wird es teurer sein. Dafür haben wir natürlich die Extras. Zusätzlich natürlich noch unser Zertifikat und das bedruckte Typenschild mit der laufenden Nummer der Bestellreihenfolge. Man kann aber davon ausgehen, dass die Vorbesteller wieder einen 10%igen Vorbestellerrabatt erhalten. Und hier sehen wir noch mal die Standard Edition. Wenn ihr mehr zu den Hintergründen des LCVP lesen möchtet, könnt ihr auch gerne, wie gesagt, auf dem Blog hier vorbeischauen. Hier haben wir dann noch mal ein paar weitere Extras für euch zusammengefasst. Wenn ihr euch für die Standard Edition des Sets interessiert, dieses bekommt ihr aktuell auch zur Vorbestellung in meinem Online Shop. Später könnt ihr es dort natürlich auch regulär kaufen. Und wie gesagt, der Termin ist hier noch für den Februar angegeben. Wir haben bis jetzt noch keinen aktuelleren Termin erhalten. Wir gehen aber auch davon aus, dass es ebenfalls in den Januar vorgezogen wird. So, das war es dann auch schon. Wenn ihr euch für die Standard oder auch für die Limited Edition interessiert, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ob ja oder nein. Und wenn ja, für welche Edition, also Limited oder Standard Edition. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.